Mit der neuen Medikspraxis direkt beim Bahnhof Altstetten steht Ihnen jetzt endlich auch hier im Westen von Zürich wieder unser günstiges Medikmodell offen. Wir haben lange Öffnungszeiten, sind für unsere Patienten rund um die Uhr erreichbar und machen sogar Hausbesuche. So kommen Sie sicher und schnell zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, immer dann, wenn Sie sie brauchen.